um kommen wir an es haben sich ab Medi-Pack, Medi-Pack, Medi-Pack Komm, 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 der Baum liegt Mann, 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 Mann Okay Der ist jetzt auch tot Gut, jetzt können wir ganz beruhigt da runter gehen Dass uns niemand in den Rücken fällt Der Typ ist tot Okay, dahin lebt noch jemand Ich weiß nicht, ob ich mich an den Rand schleichen kann Ich hoffe mal Wer legt mich um Frag ich nochmal so Oh, den hab ich Da drüben ist glaube ich niemand mehr Nee, die hab ich umgelegt Gut Hier geht's weiter Ah, hier Muni Gut, hier geht's weiter Da längst Dann da hoch Hier, da sind sie Ich begib mich kurz nochmal wieder nach unten Da ich hier mit beiden Ähm Mit meiner fetten Shotgun hier durchlaufen möchte Da das doch Ein etwas härterer Weg ist Und ich kann überhaupt noch die Leute arbeiten Oh, ich bin bei den verletzten Cool Oh mein Gott, da ist ein Waffenlager Geil Granaten Fressgranaten Fressgranaten Hotkeys Genau da oben Lebt noch Nein, 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 nein Okay, den haben wir auch schon getötet. Oh, ne, doch nicht. Ähm. Dann wird es jetzt wieder ein bisschen komplizierter. So. So. Ach, ne, das funktioniert alles gar nicht. So. Komm mir da halt. Stehen da irgendwie Fässer? So. Yes. Ist ja nicht so, dass er eigentlich tot ist nach dem ersten Schuss. Nein. Wäre ein bisschen übertrieben. Aber der da. Der da hätte schon tot sein müssen. Ist jetzt auch tot. Okay, ich hoffe, der ist jetzt auch tot. Der eine. Der andere. Das sind ja mal so praktisch, wenn die mit ihren Lämpchen auf dem Kopf rumlaufen. Wenn man jetzt mal genau weiß, wo sie sind. Hä, warum sind da jetzt plötzlich drei Leute? Ich habe doch gerade eben nur zwei da gesehen. Okay, egal. Ähm. Da ist er. Das Bild, wo man ihm das Lämpchen vom Kopf geschossen hat. Okay, ein Kopfschuss getroffen. Jetzt können wir vorrücken. Vorrücken und den. Oh, die, das waren schon alle. Gut. Ist das mit? Ne, das haben wir. Okay. Ähm. Kann ich hier ein bisschen. Ich will hier einfach mal ein bisschen drauf losballern. Weil ich keinen Bock habe auf die Hände. Kann ich nicht mal so einen geilen Helm haben? Wir haben immer nur die gümmelsten, von die gümmeligsten Sachen. Und die anderen haben immer so, oh mein Gott, ich bin der Geilste. Ich meine, okay, ist ein bisschen überdrehen jetzt, wie ich prima. Aber. Lebt der Typ? Ne, okay. Aber hier ist ein scheiß Panzer in der U-Bahn. Geht's da runter? Oh mein Gott, nein, da geht's nicht runter. Oh mein Gott, die sind extra gepanzerte Leute. Fressgranaten. Okay, ich hoffe, das hat er jetzt getan. Fünf. Granate. Komm, komm. Ist der tot? Holy shit, holy shit, holy shit, holy shit. Minipack. Meine Kacke. Ich hab nur noch eine Granate. Okay, der ist jetzt auch tot. Fress sie, friss sie, friss sie, friss sie. Los. Pure Gönnung. Ich hoffe, ich hab den jetzt erwischt. Okay, ne, da ist er. Da ist er, aber den erwisch ich jetzt. Der lebt noch, genau. Holy shit. Ich hoffe, das geht da durch, oder? Das denke ich mir mal. Wo kommen die ganzen Leute her? Wie machen hier, ich frage mich immer, wie die Faschisten hier, oder sind wir hier bei den Faschisten? Oder sind wir hier bei den Roten? Ich bin mir grad gar nicht sicher. Ich glaub, bei den Faschisten. Ähm. Ja, äh, wie gesagt, ähm. Wie können die, dann, wenn wir bei den Roten waren, wie können die Roten dann verlieren? Wenn die Faschisten, wenn ich hier in einem Leingang durchrücken kann. Und zwar beide Parteien schlagen. Neul Tor. Gut. Weiter geht's. So. Alles Happy Man, ne? Eine Spur aus Leichen hinterlegen. Pisser, wo geht's denn da runter? Oh mein Gott. 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 Hab ich mich erschreckt. Wie geht's denn? Hinter dem Plakat weiter? Wozu dienst du der Keller? War ich nochmal so? Okay. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wozu diese Keller dienen. Aber ist mir jetzt auch egal. Denn wir begeben uns jetzt weiter. In Richtung Geradeaus. Genau. Oh Musik, ja hier. Ich hab irgendwo Musik. Oh Musik, ja hier. Oh Musik, ja hier. War nur ne Resine, die nicht auf mich geschaffen hat. Ich wollt grad sagen. Wollt noch mal Zeit, dass er auf mich schiebt. So komm. Mein Gott. Ich komm. Nein. Nein. Nein, 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 nein. An einer Mission. Ich soll sie jetzt hier durchgehen. Okay. So. Erster ist tot. So können wir Granaten runterwerfen. Wir gehen in Deckung. Oh, wir sind runtergefallen. Schlechte Sache, schlechte Sache. Okay. Okay. Mir die Kippen. Immer auf mich. Ja. Das. Okay, das war klar. Das war klar. Warum sind... Warum auch immer wir runtergefallen sind. War wohl bestimmt ein Bug. Aber... Aber... Das war mal abgesehen. Oh, die Chies benutzen, bitte. Ich hab gesagt zwei. Warum lebt er noch. Okay, der ist tot. Und... Und... Demnächst da ist er. Wie machen wir ihn jetzt? Wir machen ihn ganz standardhaft. Per AK. Wieso kommt er zurück? Wie viel soll ich denn auf ihm ballern? Wie viel soll ich denn auf ihm ballern? Danke. Wir haben Verluste. Das nehmen wir auch... Irgendjemand auch auf mich. Das ist ein Typ. Bin hier auch genial. Äh, wir schleichen am besten hier einfach. Okay, lauf. Irgendjemand ist mir nicht so wichtig. Okay, da geht's rein. Da geht's rein. Das ist bestimmt mal eine neue Quest hier. Yo. Alles klar. Super. Endlich weiter. Oh mein Gott, die Leute sind immer noch hinter uns her. Oh. Oh mein Gott. What the fuck? Fuck. Als ich wieder zu mir kam, verlor ich jede Hoffnung. Gefangene wurden hier für Sklavenarbeit oder Zielübungen benutzt. Ach du Scheiße. Warum sollten wir zögern? Lasst uns diesen roten Spion abknallen und fertig. Sollen wir nicht lieber den Sicherheitsdienst rufen? Es wird ewig dauern, bis sie hier sind. Und wer passt bis dahin auf das Schwein auf? Gutes Argument. Also gut, du rote Abschaum. Biete zu deinem Marx oder sonst wem. Wenn du um Gnade winselst, überlegen wir uns vielleicht, ob wir dich schnell töten. Richtig gekonnt? Eine Sache liebe ich bei den Bösen. Es gibt immer viel zu diskutieren, bevor sie den Abzug drücken. Du bist mir was schuldig, Junge. Du siehst nicht wie ein Roter aus. Wer zum Teufel bist du? Das ist Handtagszeichen. Ich bringe dich besser zu mir, Larry. Egal wie die Nachricht lautet, hebe sie für ihn auf. Okay, gehen wir zu dem Panzerwagen.